So, lieber Janoslav, schön, dass du wieder hier im Reichstag bist. Wie hast du denn die Holocaust-Gedenkstunde empfunden, vor allem die Reden von Herrn Schäuble und Herrn Steinmeier? Die Reden waren selber sehr gut, aber für mich waren sie sehr bitter, weil sie so weit von der Realität weg sind. Noch dazu, wenn man mich redet, ich spreche immer von der Schuld der Nazis. Mir gefällt die Wortwahl nicht, der Politiker, da wird von der Schuld der Deutschen gesprochen. Ich halte das wie ein Riesenfehler, weil man in meinen Augen sagt, die Schuld der Deutschen, dass man dann jedem Deutschen, egal ob er danach davor geworden ist, egal ob er Gutes getan hat oder Schlechtes, sofort über einen Kamm gezogen wird, das halte ich kein Riesenfehler. Deswegen müsste man für mich immer von der Schuld der Nazis sprechen und nicht von der Schuld der Deutschen. Noch dazu finde ich, es passe einfach nicht zur Realität, das Leben der Juden in Deutschland, so wie es in den Reden dargestellt wird und so wie es ist. Deswegen hat es mir in dem Sinne überhaupt nicht gefallen. Also mir ist auch aufgefallen, als Staatspräsident Riblin, der israelische, der hat ja eigentlich überhaupt nicht nach hinten geguckt, der hat eigentlich nur die aktuelle Situation im Endeffekt im Nahen Osten besprochen. Also da war viel mehr Aktualität und viel mehr Handfestes auch drin in der Rede des israelischen Staatspräsidenten. Und der hat ja auch ganz klar gesagt in seiner Rede, dass es den Antisemitismus gerade aus der muslimischen Ecke gibt. Er hat auch vom linksextremen Antisemitismus gesprochen. Wir wissen ja beide, dass muslimischer und linksextremer Antisemitismus viel, 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 viel größer sind in Deutschland als dieses bisschen den Rechten, den es da gibt. Und da hat Riblin auch darauf hingewiesen. Aber das ist natürlich in den kurzen Ausschnitten in unserem Mainstream wieder mal schön unter den Teppich gekehrt worden. Dann gab es auch noch die Rede von Herrn Riblin, dem israelischen Staatspräsidenten. Wie hast du diese Rede empfunden? Ich fand die Rede sehr gut aus dem Grunde, wie du das vollkommen richtig gesagt hast. Er zielt nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart. Ich fand es auch gut, dass er Probleme in der heutigen Zeit angesprochen hat. Spricht den Iran, die Hamas hat er angesprochen, die Hilsbollah hat er nicht angesprochen, aber logischerweise war die auch mit gemeint. Das habe ich bei den deutschen Politikern, bei Steinmeier, bei Schäuble sehr vermisst. Man muss nach hinten gucken, das gehört zu unserer Verantwortung, gar keine Frage. Aber wir ehren die Menschen am meisten damit, dass wir auch dafür sorgen, dass die Gegenwart für Juden anständig ist, sicher ist. Und das vermisse ich, den Blick auf die Gegenwart. Vielleicht gefällt den Politikern die Gegenwart nicht. Vielleicht haben sie Angst, dann umso mehr die Wahrheit sagen zu müssen. Und ich stelle auch immer die Frage, warum ist die Hamas und die Hilsbollah in Deutschland noch nicht verboten? Die AfD will sie verbieten. Warum ist sie es noch nicht? Warum können diese Organisationen hier Geld sammeln, praktisch für den Kampf gegen Israel? Das ist für mich ein Unding. Ja, das hast du jetzt sehr schön erklärt. Und man kann vielleicht auch so noch dazu sagen, wir kennen das vom Autofahren. Wer am Steuer sitzt und immer nur in den Rückspiegel schaut, sieht nicht, dass er auf die nächste Mauer zufährt. So ist es.